Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir alle haben es bereits in der Praxis festgestellt, dass die Festtage dieses Jahr eher knapp bemessen sind, falls man sich nicht nur ein paar Tage Ferien aufgespart hat. Verwöhnen wir uns darum, gerade extra mit einem besonders feinen Festtagsbraten. Auf das sei nett, sollten Sie beim Posten besonders schauen. Nur Fleisch, das den höchsten Ansprüchen an die Tierhaltung und an die Qualität gerecht wird, wird als Natura-Beef in immer mehr grösseren Kotbläden verkauft. Natura-Beef ist Schweizer Qualitätsfleisch aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung. Kälber wachsen natürlich bei ihren Müttern oder Ammerkühen auf und gehen mitten vom Frühling bis zum Herbst auf die Weide. Natürlich ist auch die Ernährung, Muttermilch, später Gras und Heu. Antibiotika und wachstumsfördernde Zusätze sind verboten. Diese Tierhaltung ist artgerecht. Sie steht im Einklang mit der Natur. Und dass die Aufzucht streng kontrolliert wird, dafür garantiert die Schweizerische Vereinigung der Ammer- und Mutterkuhhalter. Die artgerechte Tierhaltung bringt übrigens auch uns Konsumentinnen und Konsumenten nur Vorteile. Das ist das Urteil eines Fachmanns. Die natürliche Aufzucht und Ernährung wirkt sich natürlich auch aufs Fleisch aus. Das Natura-Beef ist aromatisch, zart und saftig. Eigenschaften, die sich auszahlen und eine Verwendung in der Küche an keine Grenzen setzen. Und was Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock darunter versteht, das zeigt er uns jetzt in seinem Rezeptvorschlag. Grüezi miteinander. Für das Neujahrsessen möchte ich Ihnen ein richtiger Festtagsbrot vorstellen. Ein Brasato al Merlot. Gestern habe ich Zwiebeln in Ring geschnitten, Trübeln in Scheiben, Stangenselleri in Würfel, Das Fleisch, das Gemüse und das Gewürz mache ich zusammen mit einem halben Liter Merlot 24 Stunden marinieren. Jetzt mache ich das abgetropfte Fleisch auf beiden Seiten kräftig anbraten. Ich mache es mit Salz und Pfeffer. Ich gebe das abgetropfte Gemüse und das Gewürz dazu und lasse es nicht dünsten lassen. Ein Esslöffel Tomatenpüree dazu. Mit der Marinade und dem Rindsbouillon aufgießen und lasse aufkochen. Anschliessend brate ich den Braten in die vorgeheizende Ofen bei ca. 180 Grad zwei Stunden schmoren. Wenn es soweit ist, passiere ich die Sauce durchs See und das Gemüse gut durchdrucken. Rast lassen aufkochen und abschmücken und über das tranchierte Fleisch verteilen. Wenn Sie wollen, können Sie den Brasato al Merlot noch mit dünnsten Eierschwimmeln garnieren. Und aus Beilage empfehle ich Ihnen Risotto, Teigwaren, Hedöpfel oder Polenta. Das Rezept vom Neujahrsbraten finden Sie übrigens in der Coop-Zeitung dieser Woche. Hier bei uns im Coop-Studio riecht es auf jeden Fall schon fantastisch. Bestimmt werden auch Sie damit Erfolg haben. Armin Amrein hat für sein Neujahrsbraten ein Stück der Rindsschulter genommen. Es eignet sich aber auch den Stotzen. Fragen Sie Ihren Coop-Metzger. Er ist im Bild und gibt Ihnen gerne Auskunft. Wenn Sie morgen eventuell schon bei Coop sind, werfen Sie doch mal einen Blick in die Tiefkühltruhe. Dort gibt es jetzt nämlich neu SweetPic. 15 luftig leichte SweetPic in einer Packung, gefüllt mit Vanille, Schokolade oder Mokka-Creme. Nur auftauen lassen und vor dem Servieren mit Baudenzucker bestreuen. Wenn man noch dazu kommt. SweetPic von Goldstar. Tadellose Sauberkeit bei allen Temperaturen ein klarer Fall für das Biancomat. Das bewährte Vollwäschmittel ist aber nicht nur gut für die Wäsche, es nimmt auch Rücksicht auf die Umwelt. Das Biancomat gibt es jetzt nämlich neu als Biancomat Compact im Nachfüllbeutel, das weniger Abfall verursacht. 3 kg sind die gleiche Ergiebung wie 5 kg herkömmliches Wäschmittel. Auch in den letzten Wochen des Jahres haben wir in unseren Läden ein Aktionsangebot für Sie parat gemacht. Hier ist eine kleine Übersicht. Alle Sorten Gruyère sind bei GOB 4.50 Franken günstigeres Kilo. Der Gruyère Mild gibt es vorverpackt zum Beispiel für nur 15 Franken. Drei Dosen Midi-Pastettli-Füllung kostet nur 7 Franken. Und vier Packungen Spaghetti Napoli nur 3 Franken. Drei Büroordner kommen jetzt rüber für 7 Franken. Und hier noch der GOB Preisabschlag. Dessigurken von Midi kostet von jetzt an nur noch 1,50 Franken. Auch im GOB Restaurant kann man wieder besonders gut und preisgünstig essen. Das Hooft Steak Café de Paris mit Soufflé-Herrtöpfel und grünen Bohnen gibt es für nur 9,90 Franken. Das war es für heute. Ich danke Ihnen herzlich für das Interesse und für das neue Jahr wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und viel Glück. Auf Wiedersehen!